Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Kater, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sitzt sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Mein Führer, was Sie da sagen ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als Rettpicken... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mist gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Falsche! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blutwerk wird sie bezahlen! Sie wird erzaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich, der feucht ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Ich sluche dir aus. Wenn Sie wissen wollen! wo es geht,